willkommen zu meiner folge minecraft dieser folge 1023 und ja wir gehen mal hier wirklich rein und gucken was ich ab machen können wir wollten hier das hier um sortieren das bedeutet für uns wir müssten hier mal quasi machen wir das denn wir müssen hier als allererstes mal stein slabs nehmen und müssen die steinslabs hier rein sortieren dann müssen wir hier dass die briks da rein sortieren oder mal die die briks kommen hier kommt steinslabs dann kommen diese komischen viereckigen blöcke hierhin genau da kommt die briks dahin dann kommen die die dahin und dann kommen 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 granit warte mal hier kommt doch wahrscheinlich was kommt hier hier ist polis granit also kommt granit rein genau weil dann kommt nämlich polischt und dann kommt dies und dann kommt gras und dann kommt hier auch noch mal gras hin genau dann kommt und dann kommt die potzell hin wunderschön was wir jetzt noch machen müssen ist tatsächlich und dann das zu nehmen und da hinzuschmeißen das zu nehmen und da hinzuschmeißen das zu nehmen das ist das nicht zack so ein screenshot schön gemacht zack nee so noch aber aber weil wir dies der erste jahr hier oben dann haben und hier kommen dann die die da rein so jetzt müssen wir nur mal kurz gucken genau hier haben wir noch ein bisschen von denen jetzt müssten wir nur jetzt müssen wir den kälbern müssen mal den wir müssen den mal kurz hier ausschalten dann wird jetzt nämlich noch zwei minuten dauern bis das dann weg ist weil da können wir jetzt gucken 321 genau zähler ist aus gut das heißt wir nehmen jetzt hier die schüssel briks und schmeißen die ja da können wir nicht anschmeißen aber wir können es da einschmeißen denn wir können die stone briks nehmen und können die hier anschmeißen wir müssen raus die kommen nämlich hier rein was der und also der unterschied ist aber dass wir da das was wir machen das ist ein bisschen einfacher wir nehmen hier das ich würde schon sagen nicht vorhandene potzelt schmeißen das hier rüber behalten uns gerade einen halben stack übrig das gras gras ist lustig aber wir können das ja so machen zack 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 wunderbar wunderschön das gras kommt nämlich dann hier rein so gras genau gras haben wir noch dann da ein bisschen was zack 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 die speisen wir schon mal hier rein ja da ist immer noch gelb unterwegs genau gras hier ist kein dahinter gras drin das gras kommt noch da rein dann kommt diurid beziehungsweise kommt äh polisht da rein dann kommt da haben wir aber viel da haben wir uns aber viel vorgenommen ja ja da haben wir uns aber alle warte mal so schmeißen wir das hier da rein drab ja jetzt du und so dann die ganzen 500 stecks jetzt sagt wunderbar so und da sind dann auch noch irgendwo stecks drin genau 33 die kommen nicht hier raus das heißt die müssen da rein so das rutscht jetzt alles so nach und nach da rein dann ist die leer dann kommt polis stört was genau beziehungsweise müssen wir ja wir nehmen gleich die angefangenen stecks mit granit ja granit ist wieder viel da ja granit ist sehr viel da granit ist wieder sehr viel da das ist wieder sehr viel da und das müssen wir alles mit dem also mit dem hast du mit dem sondern in die granit kiste tun so jetzt dass da rein zack da fehlt noch was genau alles da rein und so dann haben wir polis stelle das hat da sind noch trichter voll wo okay gut und genau hier kommen jetzt in das hat rein doch noch ein setter haben wir noch mehr wie alles andere das heißt hier auch noch mal alles deckweise rausschmeißen wie ich drücke strg strg und q damit mache ich das ganze weg wunderschön und jetzt müssten da noch der trichter voll sein das heißt genau dann kommen die stufen an die stufen bleiben die stufen sein hier kommt dann fans ist ein das heißt diese annehmen jetzt mal mit genau wir nehmen beziehungsweise doch wir müssen das so machen was ist denn hier drin oder müssen wir mal gucken wir müssen jetzt nämlich erst mal kurz hier so die zack 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 da einschmeißen dass sie sich schon mal in den trichter verabschieden so hier kommt stone bricks rein also sprich die kommen da eigentlich nicht rein sondern die kommen eigentlich hier rein und der nicht so die slab kommt da rein irgendwo zack und die walls kommen noch da rein dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr wunderbar jetzt müssen wir nur gucken gleich wo die ganzen anderen blöcke sich hinschieben potzol nehmen wir mal 30 mit gras hatten wir schon gehabt glaube ich übernehmen einmal 10 mit so die können dann auch irgendwie hier rein geschoben werden die frage ist noch jetzt gut hier rückt durch hin direkt nicht durch hier weiß ich gar nicht hier sind wir nämlich da irgendwo das sind auch nur gras hier rückt noch nach ok hier sind das drin was drin sein soll hier ist der poli ist auch nur wieder das warum er ist auch wieder nur das ist nicht das drin das scheint fast gut zu sein hier noch ein zaun hier ist noch eine treppe hier sind da müssen schon eine pixel treffen dankeschön wunderbar da werden ja auch schon einsortiert genau hier sind noch die drin obwohl jetzt hier die slabs nur reinkommen und hier sind noch die drin die können wir auch hier einfach oben rein schmeißen ich weiß jetzt erst den rein und dann den und da darf der nämlich jetzt wieder laufend erzähler die wir wieder item schieben haben gar keine lüter an habe ich wieder vergessen habe ich wieder vergesse die werden nämlich direkt wieder aussortiert zum glück ich sehe das schon nur schnell ist weg aber hier ist noch ein bisschen ein büschle was sich dauert wo schon das deck den wir da quasi nachlegen können ja 37 guter kümmer ja das schon mal so laufen lassen würde sagen wir sehen uns dann in der nächste folge wieder mit zwei dann lasst noch positive bewältigt da oder auch ein abo und bis dann